Hallo und herzlich willkommen zum Thema Methodik in der beruflichen Bildung. In diesem Video bieten wir euch eine Begriffsbestimmung Methodik an und sortieren diese in ein hilfreiches Ordnungsraster ein. Also, los geht's! Was sagt denn die Kultusministerkonferenz über den Stellenwert der Methodik in der beruflichen Bildung? Absolventinnen und Absolventen der universitären Lehrer- und Lehrerinnenbildung kennen die unterschiedlichen Unterrichtsmethoden. Und wissen, wie man sie anforderungs- und situationsgerecht einsetzt. So definiert es die KMK in ihrer Handreichung von 2017. Meier und Junghans bekräftigen dementsprechend, dass das methodische Handeln der Lehrer und Lehrerinnen und der Schüler und Schülerinnen Grundlage aller Lehr- und Lernprozesse sei. Der Methodenbegriff stammt aus dem griechischen Methodos und bedeutet sinngemäß der Weg zu etwas hin. Aha! Die gewählte Unterrichtsmethode stellt also das planmäßige Vorgehen zur möglichst optimalen und effizienten Zielerreichung im Unterricht dar. Durch sie wird die Prozessstruktur, also die Art und Weise des Lehr- und Lernprozesses bestimmt. Ja, aber wie kann man denn bitte allen individuellen Lernbedürfnissen im Unterricht gerecht werden? Jeder Schüler, jede Schülerin hat doch andere Voraussetzungen bzw. einen anderen Kontext. Nicht jede Methode ist für jeden Lernenden gleichermaßen geeignet. Helmke bringt diesen Sachverhalt folgendermaßen auf den Punkt. Unterricht ist lediglich ein Angebot. Ob und wie effizient dieses Angebot genutzt wird? Das hängt von einer Vielzahl dazwischenliegender Faktoren ab. Lehrkräfte sollten also genau schauen, dass es didaktisch-methodisch so gut wie möglich alles zusammenpasst in ihrem Unterricht. Was ist dafür zu bedenken? Zuerst die individuellen Voraussetzungen der Lernenden und der Lehrenden, z.B. fachliches und methodisches Vorwissen. Und dann die verfügbaren Ressourcen und Lernumgebungen. Verfügbare Werkstätten, Arbeitsprozesse, Medien, Aufgabenformate, Zeit und Personal. Dann noch die angestrebten Lernziele. Also z.B. der Erwerb von fachlicher Problemlösefähigkeit, Sachwissen oder Selbstständigkeit. Nicht zu vergessen die in den Lehrplänen vorgegebenen Lernfelder, die Inhalte und Arbeitsprozesse. Und zu guter Letzt natürlich die Lernerfolgskontrollen. Zum Verhältnis der Begriffe Methodik und Methoden in der Didaktik stellen wir daher fest, dass es sich bei den Methoden um das planmäßige Vorgehen zur Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen handelt. Methodik kann somit als ein Teilbereich der Didaktik gesehen werden. Na zumindest, wenn es um allgemeindidaktische Modelle geht. Damit Methoden nun von angehenden Lehrkräften systematisch reflektiert und entwickelt werden können, gibt es ein Ordnungsraster für unterrichtsmethodische Entscheidungen. Hier wird unterschieden zwischen Makro-Methoden, Meso-Methoden und Mikro-Methoden. Na dann starten wir mal mit den Makro-Methoden. Makro-Methoden sind übergreifende Ausbildungs- und Unterrichtskonzepte, die einen begründeten Zusammenhang von Ziel-, Inhalts- und Methodenentscheidungen herstellen. Und grundlegende Unterrichtsprinzipien, wie zum Beispiel Handlungs- und Situationsorientierung, beinhalten. Ihre Umsetzung erfolgt über einen längeren Zeitraum. Das heißt, die Zeitperspektive umfasst Wochen, Monate oder sogar Jahre. Zum Beispiel während der Dauer des Bildungsgangs. Sie sind curricular, durch den Lehrplan vorgegeben und institutionell verankert. Die Lehrkraft hat deshalb kaum Handlungs- und Gestaltungsspielraum. Beispiele? Na zum Beispiel das Lernfeld-Konzept. Die Projektmethode? Überbetriebliche Lehrgänge und, na klar, Konzepte zum selbstorganisierten Lernen und so weiter. Makro-Methoden beschreiben also die übergeordnete Ebene. So als flügen wir im Hubschrauber über ein gesamtes Stadtviertel. Und was sind dann die Meso-Methoden? Meso-Methoden sind festgelegte methodische Handlungsmuster, also Unterrichtsverfahren oder Aktionsformen für den Unterricht. Sie konkretisieren die Makro-Methoden. Meso-Methoden sind von mittlerer Dauer. Das heißt, sie lassen sich innerhalb weniger Stunden oder Minuten innerhalb einer Einzel- oder einer Doppelstunde realisieren. Lehrkräfte haben auf die Gestaltung von Meso-Methoden einen hohen Einfluss. Es ist ihre Aufgabe, Meso-Methoden im Zuge der Unterrichtsprozessplanung auszuwählen, zu planen, umzusetzen und zu evaluieren. Hier nur ein paar Beispiele für Meso-Methoden. Ein technisches Experiment etwa. Die Vier-Stufen-Methode. Ein Museumsrundgang. Eine Fehleranalyse am technischen Schulungssystem. Das Gruppenpuzzle. Oder die Metaplan-Arbeit. Auch das Blitzlicht in der Gruppe kann dazu gezählt werden. Und so weiter und so fort. Für Lehrkräfte sind also insbesondere die methodisch-didaktischen Handlungsfelder Artikulation von Unterricht. Die Wahl der Sozialform im Unterricht. Die Auswahl oder Erstellung von Aufgaben und Medien. Die Vorbereitung der Räume. Und die Planung zur Form der Ergebnissicherung und der Lernzielkontrollen sind zu berücksichtigen. Nun, dann bleiben uns noch die Mikro-Methoden. Wenn wir über das Stadtviertel fliegen und das einzelne Gebäude die Meso-Methoden waren, dann zoomen wir jetzt nochmal in das Gebäude zu den Mikro-Methoden hinein. Die Mikro-Methoden sind sehr kurze, grundlegende didaktisch-methodische Impulse der Lehrkraft. Sie dauern nur ein paar Sekunden oder wenige Minuten. Lehrkräfte planen Mikro-Methoden nicht, sondern sie setzen diese spontan und aus ihrer Routine heraus ein. Also finden wir Mikro-Methoden dort, wo auf Kontroversen aufmerksam oder auf Probleme hingewiesen wird. Wo Fragen gestellt werden. Oder wo die Lehrkraft etwas visualisiert oder vormacht. So, aber nun genug mit unserem Flug über das Stadtviertel der Methoden. Dieses Ordnungsraster soll ich als Einordnungshilfe zur gedanklichen Strukturierung des aktuellen und des noch zu erwerbenden Wissens aller Methoden des beruflichen Unterrichts dienen. So könnt ihr besser reflektieren, was, wie und wofür vor allem hilfreich war. Viel Spaß also bei der Methodenplanung und dann bis zum nächsten Video. Tschüss! 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 Vielen Dank.